Herr Bellmann, sortieren Sie sich bitte. Äh, wir wollen hier ein. Fuckin' Kranker. Er wollte zur Artillerie gehen, hat er aber eben technische Probleme. Äh, Bellmann ist bei uns. Der muss nur eben rüberkommen. Wir sind die obere Einheit in der Artillerie. Am Cap. So, Bellmann kommt auch. Falls wir den Hügel kriegen, kannst du dich auf Counter Artillerie verlegen. Aber nur wenn wir den Hügel kriegen. Und solange ihr die Nische habt, trebt man der mit in die Klasse. Okay, verstanden. Damit wir nicht so viel reinkriegen. Der Volontär auch schon da? Der sollte vielleicht kommen, der hatte technische Probleme. Wir müssen uns dauerhaft überlegen, dass wir uns das Feuer schaffen machen. Da ist der Volontär. Ähm, ich hatte technische Probleme. Und Solon? Ja. Nox, ihr seid jeweils Geschützkommandant. Jawohl. Sucht euch die Leute aus. Kleber, Richard, mit mir. Meier, Meier, du kommst zu mir. Check. Welche Geschütze wir jetzt da haben, Richter? Wir nehmen die äh... Mäusteren rechts. Jawohl, P1 zu mir. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja, das sollte vorher im TS gemacht werden. Ja, eigentlich wird immer ein Zero Reset gemacht. Aber das kann jetzt nicht. Es ist außerdem schon live seit zwei Minuten. Okay. Schon mal durchsponschen? Sponschen? Wir wechseln nach der Runde durch übrigens. Wenn es okay ist für euch. Ja, ich vorgehen und spongen halt. Ich denke mal, wir werden beide Runden Artillerie spielen. Griebchen sponged? Wie bitte? Das weiß ich noch nicht. Ja, dann wechseln wir nach der Hälfte, besser als. Wenn wir nächste Runde spielen, dann... Kann ich dann Runde und Spike machen? Spike machen? Oder machst du... Das ähm... Ja, oder Kleber macht das dann. Du machst den Spike noch Kleber. Außer du hast wirklich Zeit, Richard. Dann kannst du das machen. Ich meine einfach, ne? Ja. So. Unser Hauptziel wird sein die Mitte. Die Einheit, die in der Mitte sich immer ausstellt. Sobald wie unsere Einheit aber den Hügel hat, werden wir uns auf Counter Artillerie einrichten. Ähm... Ich seh die jetzt nicht. Wo steht die Artillerie des Gegners? Die Counter... Das, was wir counteren werden, steht auf... Du siehst das Haus aber noch, ne? Spahne. Spahne in Sicht. Dahinter auf dem Hügel. Achso. Jo. So. Alles klar. Dann ladet ihr mal... Shell? Nehmen wir mal... Können wir mal anfangen. Shell! 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 Ich war der Börber. So! Das ist... Die Ante leckerbar. Hopp, 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 hopp. Maija? Maija? P1 Loaded? Müssten wir Gretchen sagen oder sagen wir P1? Sie finden P1 ist besser. Ihr könnt P1, ja. Gretchen ist das Name des Geschützes, das kann man immer wieder gerne benutzen. Wie Gretchen Loaded oder Gretchen Ready könnte man auch sagen. Aber P1 ist eigentlich die Hauptbezeichnung. Ehm, Richter? Ehm, Richter? Held ich mal bitte zu uns. Maija ist auch immer weg. Sollen wir schon mal vorne auf die Zaunecke ausrichten Richter, da stehen sie ja immer. Ja klar, wir müssen mal gucken. Alter, bei mir zuckt das Geschütze komisch. Ja bei mir auch. Da ist grad keiner. Das macht mich misstrauisch. War doch das? Bei mir zuckt das Geschütze, das P1 immer so hoch und runter. Dreh das mal bitte ein bisschen kleber hin. Ja, warte erstmal, okay das bringt nichts. Ja, beweg das mal ein bisschen nach vorne. Hör mal auf. Reicht schon. Ja, ist schon gut. Perfekt. Hat aufgereiht rumzubeizucken. Unsere Einheit im Nordwesten, Norden. Bitte? Geh mal kurz an den Berg. Jetzt werde ich grad misstrauisch. Wo ist die Einheit im Weg? Ja, das vergebe ich auch. Nach rechts. Die ist nach Süden gelaufen. Die wird wohl oben nach. Stopp. Dann visiert doch mal oben den Berg an. Die Arti. Stopp. Ab. Könnt ihr die Schütze irgendwie... Also die Richtung ist... Nord-Nord-West? Ehm, Moment. Nee. Oder? Eher... West-West-Nord. West-West-Nord? Gut. In Sicht. Also zwischen Nordwesten und... Ehm. Von links. Genau. Wolltest du was noch rechts noch? Weiter, weiter, weiter. Und absetzen. Nochmal auf, bitte. Das ist nur unsere, oder? Ehm. Wer hier links oder rechts? Also... Welches besetzt? Besetzt ist von dem Hügel in der Mitte. Richter, wie weit vom Haus steht das weg? Okay, dann lassen. Lassen. Ehm. Ich schätz mal... Und... Ich mein auf der... Steht das auf der links vom Haus? Und weit vom Haus weg? Oder? Nee, ist... Ich seh den raus. Ich seh den raus. Ja. Okay, wir müssen noch anheben. Anheben. Weiter rechts. Anheben, anheben. Frischer, die Jungs sind im Süden. Weiter. Und weiter. Absetzen. Süden. Perfekt. Meier? Ja. P1 ready. Meier, Meier, mach mal hoch. P1, fire. Bisschen nach nichts. Bisschen nach nichts. Cleo, versuch das Rad direkt zu erwischen. Dann stehst du direkt dran. Das geht. Halt. Halt. Und... Halt. Halt. Ein Tick nach links, das wäre ein Treffer gewesen. Echt? Was? Ein Tick nach links, dann wäre es ein Treffer gewesen. Jawohl. Richard, wieder Shell. Shell. Und einstellen. Wir wollen ein bisschen nach links. Jetzt... Nach links. Halt schon. Ey, Quatsch. Halt links. 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 Weiter nach links. Wo läuft der denn ganz hin? Bei mir läuft der komplett nach links. Ja, bei mir. Der ist gleich hier vorne. Bei mir bugt der... Oh Gott. Warte, warte. Der ist da, wo läuft mein Meter flüssig? Ja, perfekt ey. Ab. Ich hab hier so einen... P1 ready. P1, fire. Da. Jetzt ist bei mir Nox richtig rund. Nox, ist das unter der Erde? Na, ich bin eben an der Kanone. Ja, ich seh, ich seh, ich seh. Ja, ich seh, ich seh. Ja, ich seh, ich seh. Ja, ich seh, ich seh. Meier mal ran. Weiterhin. Bis was Neues gesagt wird. Richter? Treffer? Nicht Treffer? Ja? Nicht Treffer in diesem Fall. Zu kurz? War zu kurz, ja. Versuch mal die Schatten runter. Wie viel kurz? Viel zu kurz? Ähm. Genau, gut. Nee. Erhöhe langsam. P2 ready. Ganz zeitlich. Aber wenn ihr Comments fire gemacht würdet, dann könnten wir über die Schmerzen laufen. Schnurgel? Äh, krieg ich ihn, Leute. Richter? P2 ready. P2, fire. P2 ready. P1 ready. Oh, nach vorne, nach vorne. Nach vorne. Ich schick noch einen Moment, P1. Ja, guck erst mal. Äh, P2, viel zu kurz. Ist unten am Fuß gelandet. P1, fire. Wir brauchen 220 Hertz. Stop, halt. Ich sag's euch runter. Schön. Treffer? Äh, noch ein Tick. Fast. Noch ein Tick links. Aber Höhe passt perfekt. Höhe passt. Äh, Tim, 960 Yards hab ich. 360 passt, okay. Was für Munition? Shell. Shell. Shell, dann hol' ich. Meier? Kleber gleich aufnehmen, wir wollen ein bisschen nach links, aber lass mich erst dem einstellen. Ich kann auch. Das war übrigens der Schuss vom Hobby-General. Jetzt sind wir. Ja, mach, mach. Ja, mach, mach. Was soll ich holen? Jo, anaufheben. Einmal nach links, antippen. Perfekt. Sag mal die Degrees. Sag mal die Degrees. Ist schon, ist schon geladen. Ach, stimmt. Ja, dann mach du das nächstes Mal lieber hier, äh. Nox, wie viel Degrees circa hast du? Äh, 2,36 Degrees in Elevation. Danke. Ready. Feuer. Peace one. Noch ein Tick weiter links. Jawohl. Woin läuft ein Meier? Irgendwas stimmt mit Meier, ne? Welcher? Äh, welcher? Nein, der ist da. Das ist aber nur ein D-Sick gewesen, der steht hier. Laden, nicht quatschen. Wer war's? Der war da hinten. Das war ein D-Sick-Glox, ich hab was für Möglichkeit getan. Ja, aber hier ist noch keine Munition im Rohr. Gleich aufnehmen, ne? Bleib hier. Anstecken. Meier, du hast noch... Ich hab aber reingeschopft. Nein, du hast hier ne Hand. Hä? Hä? Egal. Aufnehmen. Oh. Nee. Immer noch nicht. Zwei Ticke nach links. Antippen leicht. Passt. Absetzen. Ah, jetzt. Jetzt geht. Oh Gott. Kommandant ist tot. Peace one. Ja, gut. Fire. Geladen. Peace one, ready. Äh, quatsch. Peace two, ready. Du musst selbst feuern, Tim. Kommandant ist tot. Ja, kommandant ist tot. Weiter hinten. Ja, genau. Boah, das war ein Treffer. Ja, wir haben kommen jetzt Fire Knocks. Natürlich ruhig deine Munition. Wir haben... Wir haben wen getroffen. Natürlich. Haben wir? Ja, ich hab's im Stream gesehen. LOL. Sponsor ist geplatzt. Sehr gut. Loaded. Da bin ich wieder. Wir haben jemand getroffen. Ein. Chill. Die 2,36 Elevation ist mega gut. Und die 960 Hertz auch. Boah geladen. Peace one ready. Peace one. Fire. Richtig. Ich bring mir gute Neuigkeiten. Ich vermisse irgendwie... Wenn der Ding jetzt 10 Minuten später ist, würde ich jetzt bin ich so. Alter. Ich schreib jetzt gleich mal in den Chat rein. Klar, wenn. Also nicht hier im Chat. Im Steam Chat. Von dem Event. Also. Okay, ist fertig. Peace two ready. Peace two. Fire. Wie sieht's aus, Tim? Ich weiß nicht was los ist. Ab. Peace one ready. Peace one. Fire. Habe ich das gerade richtig gesehen? Was denn? Was? Das Ding ist in der Luft abgeschoben. Schell. Weiterhin Schell. Das kann gar nicht. Das ist was anderes kommt. Schell. Das hatten wir East Horst auch. Damit die CSA ne Chance hatte gegen die Uni. Ja. Und sichtbare Fände. Ja. Kleinen Moment. Ich muss aber das Krille haben. Das geht mir halt. Das ist hier schon sinnvoll. Das. Ja. Ich hab ne Leveration. Ich hab ne Rays von null. Wir laden. Ich hab ne preço mit Verzögerung. Wollte ich mir noch so sagen. Tim, was hab ich für Leveration gesagt? 2,36 ne? 2,36 ja. Ja. Ist Richter wieder tot? Ne. Ich bin noch da. Ist doch aufgereicht. dann spar die shell auf und nimm als nächstes case ja ach so ja dann scheiß drauf wie sah es aus stelle ich nach links richter der raucht die nach rechts rüber ich bin also ich kann dir sagen kleber hat den spiel vom hobbygeneral das aber gerade der einer war schon ein bisschen was geklatscht sein wir gucken ja nicht wie die kugel fliegen wir gucken ja nur was explodiert ich habe zwei monitore ich auch aber ich habe auf dem linken mein eigenes laufen von ganz der dritten wie es war ein halt den blick drauf richter was ist gar wie ist kann nicht mehr wirken nicht genug leute Meine Besatzung ist tot, verstanden, einfach hinter der Limber zu deinen Gedecken gehen. Jawohl. Also, ich weiß nicht, ob wir, eigentlich müssen wir auf die, ich hab 69 Yards, dann müssen wir doch drauf schließen können. Ah, jetzt kommt Caves, mach ein bisschen Verzug auch rein. Sag mal an, Richter, warum treffen wir nicht? Wenn ich das wüsste. Ja, ich mal Korpel, Richter. Das sind die unsichtbaren. Das sind die unsichtbaren. Das Problem ist eigentlich gerade, normal siehst du die Flugbahn. Ready? Die siehst du gerade nicht. Wir sind ready? Ja, please, one fire. Das, du hast recht. Das okay? Aber da ist was hochgegangen. Ein Tick. Mach mal einen Tick, äh, länger. Länger. Gut, alter, schulest du nicht hinten stand, ey. Ja, ich glaube, die schießen sich langsam ein, Alter. Die schießen sich langsam ein, Alter. Ein Tick länger, okay. Ein Minitick. Minitick. Ich geh, ich geh zehn Yards höher, beziehungsweise eine ganz kurze Elevation. Wieso? Ich glaube, Maya ist gerade explodiert. Maya ist weg? Der ist ein bisschen hochgegangen, ne? Passiert aber zumal. 2,39er Elevation. Falls das gleich wichtig wird. Peace one ready? Peace one. Fire. Boah, alter Mann. Alter Mann. Alter Mann. Boah, Junge. Nein, nein, nicht. Nein, nein, nicht. Okay. Halt. Komm, schieb rein. Das Drehchen. Eis und Fettig. Noch ein Tick hoch. Alles klar. Boah, alter. Ich hab' nicht mehr. Peace one loaded. Anheben. Wir wollen ein bisschen nach links. Ein Tick nach links. Einmal antipp, bitte. Reicht schon. Okay, ne. Die Elevation ist ein bisschen zu krank, warte. Peace two? Äh, ja. Wir haben gerade Probleme. Auf das. Peace one ready? Sie sollen die eklige Infanterie bekämpfen, die uns in Jüge vertreiben möchte. Ansonsten Konter Artillery. Jawohl. Bist bekannt. Wir sehen nur keine Infanterie. Wird. Ausgeführt. Jawohl. Zeug. Crime. Richter, Peace one is ready. Ja, Peace one fire. Ein bisschen nach links und etwas höher haben wir angestellt. Rotunger. Ja, sah interessant aus. Ja, interessant will ich nicht hören. Ich will wissen, ob was gestorben ist. Kurze ich leider nicht erkennt. Hm, schade. Oh. Oh, diese Abbraller gerade auskriegt. Feier. Feier. Ey, ich hab das an den Linien möglich. Peace one. Ah. Clever, ich hab ne Aufgabe für dich. Neck, du bitte mal ne 2,43 Elevation. Jawohl. Ihr schießt weise auf die Arti. Äh, Hohenzollern, du schießt auf die... Warte, wo sind sie hin? Die waren doch gerade noch da. Das Problem ist, Richter, ich sehe nicht so viel, ob ich was treffe. Wo kommen die hier schon wieder her? Weiß ich nicht. Ach, von da. Hm. Die waren doch eben noch neben dem Haus, die scheiß Infanterie. Da stand, die ist zurück ins Haus, also hinters Haus. Ähm. Einfach Richtung schon mal Richtung Haus fielen. Ja. So, auch links. Links halt. Was sagt die Munition, Richard? Eine Reihe noch Case und eine Reihe noch Kanister. Ja. Ja, diese Schmutz, die brauchen wir nicht. Äh, ja. Alter, die schießen auch gut, aber treffen halt nicht. Äh, haben wir jetzt eine Fire Drill? Ja, Fire Drill, ja. Ja, Fire Drill, ja. Hier auf Höhe von Hohenzweilands Kanonen, ne? Wir rücken übrigens immer weiter weiter nach links. Was ist das? Also ich könnte anhand des Team Snifens ausrichten, mach ich aber nicht. Nee, machen wir nicht. Das war sicher. Okay. Hier wurde nichts anderes gesagt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ist nicht, ist nicht falsch. Und zettig. So, müssen jetzt ausgerechnet sein. Ja. Kleber, tut mir meinen Gefallen. Geh mal weit nach rechts rüber. Und sag mir, ob du was sehen kannst. Weil ich will das gleich wissen. Ob da überhaupt nicht was hoch geht. So, zurück gehen. Nach links. So, PS2 werde ich. Ja, für einen Moment. Ich sag wahrscheinlich, wenn ich raus bin. Wuuuuh! Also, das trifft auf jeden Fall die Bergkuppe. Meier klebt an mir. Aber ob wir den Artillerienkrisis treffen, kann ich halt ohne Fernklasse nicht sehen. Ja, wenn es die Bergkuppe trifft, können wir zumindest hoffen, dass wir da Leute treffen, die da stehen. Sonst wackelt immer leicht links-rechts zwischen den Schüssen. Ja, mal gucken. Wenn du immer wieder die gleiche Stelle triffst und da nix ist, weißt du? Ich würde gerne noch mal ne Rauffahrene sehen. Soll ich feiern? Ja, dann warten wir doch mal kurz. Ja, wir warten mal kurz. Lasst die mal schießen. Und versteckt euch irgendwie so, dass ihr nicht getroffen werdet. Knie doch ruhig ab. Weil wir sind eh am Skirmischen. Ach, was geil ist. Die zielen auf unsere Kanone. Dann nehmen wir den mal schnell. Also, ich hab's gesehen. Das Knie hat nicht geholfen! Nein, hat nicht geholfen. Wir haben vorweggeschoben. Lass mich mal kurz hier mit. Nein. Wir dürfen daran nichts machen. Komm, Schmutzheber. Ich will nur gucken. Ihr beide dürft nur arbeiten. Keine Frage. Minimal drei. Wenn aber durch Feindbeschuss Läufe ausfüllen... Alter, zwanzig Sekunden Respondzeit. Ich glaub, wir müssen ein Stück nach links. Ja. Wir müssen nach links. Wo bleiben sie? Ich bin schon da. Was ich mir mal ganz so gedacht hab. Die Kanone wird ja als festes Peace gesehen, ne? Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Geh mal zur Seite und guck mal. Wie war's? Jawohl, warte. Feuer! Oh, das ist schön da. Mitten auf der Hügelkuppe hochgegangen. Wunderbar auf der Hügelkuppe. Wunderbar auf der Hügelkuppe. Wunderbar auf der Hügelkuppe. Wunderbar auf der Hügelkuppe. Ich schau mal, was die Elevation sagt. Und ich hab's unkippt eingestellt. Lichtung... Süd, West, West. Hast du auf die Elevation geachtet, Kleber? Äh, 2,63 stand da. 2,63? Bist du dir sicher? Irgendwo stand ne 2,63. Übrigens, das dritte letzte Käse. Ja, dann isst du in den nächsten Wagen. Scheiß egal. Ich geh wieder nach rechts. Mal guck, guck, guck. Alter, auf einmal. Ihr ist doch nicht mal geladen, Mann! Ich guck mal, wie viel die Zunge noch an. Ja, ja, ja. So, wir sind verplant. Wer hat mich nochmal vorne angeschrieben? Wir sind die Elite. Peace 2, ready. Peace 2, ready. Ist der Kleber? Äh, kann mir kein freies Feuer mehr Kleber? Äh, ich mein Richter? Wie sieht's aus? Freies Feuer nicht mehr, oder? Nee, im Moment nicht. Okay, Peace 1, ready. Peace 1, fire. Richter? Verlängern. Verlängern? Jawoll. Sie kommen irgendwie immer weiter nach links. Also definitiv die Bergkuppe. Verlängern. Ja. Es ist halt hier ohne Fernrohr. Ja, Case, Case. Ähm, sein Name Case. Nach der letzten, die du jetzt da hast. Guck mal, wir sind viel schneller. Wir haben sogar schon die Shells durch. Oh, wir müssen irgendwas trinken. Ah. Peace 2, loaded. Ah. Peace 2, ready. Nein. Richter? Ja. Kleinen Moment. Peace 1, ready. Wollen wir mit Fire by Section machen, Richter? Richter, Fire by Section. Fire by Section. Fire by Section. Oh, wir backen einander. Huh. Äh, kurz Moment. Ey, Richard, kannst du anheben mit dem Spike? Ja. Heb mal an. Wir wollen, war mal ein Kleber. Wir wollen weiter nach rechts wieder hin. Dreh mal weit nach rechts. Schnell. Äh, Peace 2 ist tot komplett. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Lauf. Vorwärts. Vorwärts. Und nach links drehen. Nach links drehen. Anhalten. Und ein bisschen vor noch. Rund, passt so. Perfekt. Danke, Jungs. Ja, guck mal, ob wir ausgerechnet sind. Ich seh grad keine Rauffahne. Die zerbumsen uns gerade ein wenig. Wir warten kurz auf den nächsten Artillerieschuss. Haben wir's geladen? Ne, ne? Nein. Weiterhin Case. Und wenn das Ding leer ist, nimmst du den nächsten Wagen. Ja. Okay, wir sind... Wir sind eigentlich... Ein wenig nach rechts, bitte. Kleber, mach mal... Ah, der Richard mach mal gleich. Ne, mach Kleber, mach. Ich land da neben. Ja, gut. Warte noch nicht. Weiter rechts. Rechts. Und absetzen. Ein bisschen nach rechts noch. Einmal antippen. Stopp! Nach links, nach links, nach links, nach links. Ja, ich hab... Äh, im Zentrum... Moment. Äh, keine Linie im Zentrum in Sicht? Wo steht denn die? Ähm, die können sie leider von hier aus nicht sehen. Also es gibt keine Linie im Zentrum. Okay, jawohl. Aber... Also von der Sicht her von uns aus, gibt's keine. Deswegen ist das Problem. Wir können... Wir schießen auf die Artillerie des Feindes. Piece two ready. Piece one ready. Piece one. Fire. Da war Rot bei. Da war Rot bei. Huzzah! 2, Ha! Die sind tot! Okay, piece one and piece two wechseln. Haltet euch bereit. So. Mit dreimal hier stehen, so dürfen wir schießen. Und Feuer. Prime doch. Feuer. Das war. Das war. Drück. F. Drück linke Maus. Ah, never mind. Hier weg da. Okay, scheiß drauf. So, wieder an piece one. Wo ist denn unser, unser Munitionsträger? Nicht ran, nicht ran, nicht ran, nicht ran, nicht ran. Weg, okay, okay. Du darfst nicht, du darfst nicht, Meier. Er dürfte bei uns mit spielen. Und da ist er. Tim? Ja? 2,39er Elevation. Das sind bei mir 971 Jahre. 2,39. Das darf... Okay, ich hab dich schon abgefeuert. Ich hab dich schon abgefeuert. Wir bleiben... Was haben wir denn noch außer Case? Ja, wir erzählen ja wieder alles, weil ich in der neue Lippe... Ne? Dann gehen wir... Geh mal wieder auf Shell. Check Shell. Next Shell. Da ist grad jemand rechts von mir geplatzt. P1 ist ready. Oh, ne, warte mal. Bell, Bellman her, komm! Stell dich zu mir! Jawohl! Hier, Munitionsaffe her, komm her, schnell! So, und... Feierabend! Wir müssen mit drei Mann stehen. Ich will nicht, dass wir auch Regelprüfe gehen. Ja, wir sind die Ehre, Leute. Ja, echt so. Ehre. Ehre. Und reicht. Perfekt. Dank dir, Bellman, kannst wieder rüber. Jawohl. Darf ich mal einen Vorschlag äußern? Ja, bitte. Lass mal Geschütze wechseln. Wir sind erst einmal gestorben hier. Wir sind nur noch tot hier. Wir sind erst noch... Guck mal, wie viele Leichen da liegen. Und das sind nicht mal welche von P1. Das ist eine Unions-Einheit in der Mitte, ne? Ja. Ist das dahinter auch eine Union? Ja, wir schaben alle. Ja, ich weiß. Äh, ich glaub' nein! Ich glaub' nein! Ist verfolgt da... Ey, Richter! Ja? Was verfolgt da die Unions-Einheit? Oder ist das eine CS-Einheit, die auf uns zukommt? Ähm... Rechts von der Scheune ist eine CS-A da. Rechts von der kleinen Scheune steht eine Einheit, aber auf Zielen sofort... Jawohl! Anheben! Schnell! Nach rechts! Absetzen! Absetzen! Freies Feuer habt ihr! Korb-Roller, bitte Meldung zu machen! Ja! Der Richter braucht jetzt eine Info! Schnell! Guck, guck, guck! Hausaufzielen und darauf achten, falls ihr in der Linie herbeistürmt, darauf schießen! In der Mitte denn? Kommt wahrscheinlich hinterm Haus hervor, das hab' ich bekommen! Vielen Dank! Irgendwann eine Meldung an den Captain? Peace! Wir zucken wieder so komisch! Wir zucken wieder so komisch! Ist immer noch Shell, ne? Ist egal! Ja, wenn... Ne, wenn Shell ist, nimm Shell, scheiß doch! Ob die nächste ist? Ja, haben wir die jetzt getroffen oder nicht? Ich weiß es nicht! Richter hat nichts sagen können! Ich hab das nicht gesehen! Stehen die noch an der Scheune, Richter? Ich hab ihn wohl verbrochen! Stehen die da noch? Die fehlen da immer noch! Ja, dann los! Ja, die feindliche Abbrüben ist unsere Jungs von der Feuer da vorne! Oder hittet! Was zum Teufel! Richter, Peace One is ready! Ich brauch' Info, ne? Peace One, Feuer! Richter, Frage, Munition, Peace One! Was nächstes? Peace Two loaded! Mach'n Treffer! Jawoll! 0,89er Elevation! 187 Grad! Zugleich! Zugleich! Richter, Frage! Da ist aber jetzt grad ne... Welche Munition? No, nur seiner, der... Peace One nimmt jetzt gleich Case... Was ist das? Ne, ich hab... Er hat grad nur gefragt, welche Munition er ist unser? Ähm... Peace Two... Kleinen Moment warten... Okay... Unserer hat's zerfetzt grad... Nicht schießen... Ne... Da ging ich grad Blut hoch in der Mitte, habt ihr's gesehen? Ja, wir haben uns weiter gemacht... Ähm... Abbrechen... Mit Prime... Die und... Äh... Die Kopferrinner hat sich hinter die Scheune zurückgezogen... Da wird erstmal nichts draus... Ja... An den... An den... Richter, sollen wir auf Case bleiben oder wechseln wir jetzt jeden Schuss die Munition wieder? Ne, wir nehmen... Wir bleiben jetzt erstmal bei Case... Jawohl... Check Case... Oh... Kleber, helfe mal bitte Freestyler! Schiebt mal den Wagen näher hier ran... So, hier zielt... Jetzt auf die Archie wieder... Das ist der dritte... Wollte nichts jetzt gehen lassen... Das passt eigentlich... Welcher ist das denn? Der dritte? Ja, der dritte... Achso, ja dann ist egal... Entschuldigung... Ich dachte wir werden noch weiter weg... Links... Nein, nein, nein... Passt eigentlich perfekt... Vor allem wenn ich direkt losgehe... Oh... Links... Richter, ich hab'n gewagt... Wir können über unsere Einheiten drüber schießen... Und gucken, dass wir neben das Haus treffen... Das wir die seitlich explodieren lassen... Ach... Du musst es mir nicht fünfmal sagen... Ich hab'n paar Zögerungen... Nein, nein... Ich sag' immer... A antippen... A antippen... Weil... Verlängerung... Verstehst du? Entschuldigung... So, passt gut... Ähm... Siehst du, wo die links rauskommen? Ähm... Moment... Wo die links rauskommen? Ne, seh' ich nicht... Ach doch da, ja! In die Mitte! In die Mitte! Auf den Cappoint zielen... Drück T und guck's nach... Mach' einfach auf gut dünken... Schnell... Shift, Shift, Shift... Ja, weiter... Äh... Bleib mal so, dass du... Weiter rechts... Bleib mal so, dass du da an der Steinmauer... Wo die Fahne ist... Siehst du die? Weiter rechts... Weiter rechts... Weiter rechts... Weiter... Ich sag' Stopp, weiter... Absetzen... Passt perfekt... Ist sogar loaded... Wunderbar... Richter, Ansage... Der Capitain hat befohlen... Wenn nötig... Auf große Linien zu schießen... Kleber auf meine Links... Und guck... Kleber auf meine Links... Und guck' ob da Blut hochkommt... Irgendwelche Nachrichten? So lange nicht... Ach so... Jawoll... Kleber... äh... Richter, kannst du gucken? Ja... Feuer... Ich glaub' ich hab' da ne riesige Linie... Was war zu falsch? Schlecht, was? Können wir auf die andere Ruf mal... War gar nicht mal so schlecht... Auf die Linie im Cappoint! Was war das? War gar nicht mal so schlecht... Weiter links... Weiter rechts... Äh... Das muss... Ein Tick weiter links... Höhe passt? Ja... Auf die Linie... Auf die Linie... Auf die Linie... Heben... Richard... Ein Stick weiter nach links... Ein Stick... Zwei... Pass... Absetzen... PeaceWaN... Feuer... PeaceWaN... Ready... Feuer... Scheiße... Arsch... ja ich bin noten ja, bist du doch voll nein warte ich mach nicht, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen oh ja, Nox ist am Boden ja, wir haben Nox aber fast genommen Munition die haben in die Dingens geschossen dann übernehme ich jetzt mal den Laden hier mal ja, wir haben in unsere Leute reingeschossen ja, wir brauchen jetzt wieder ein neues Ziel ich schalte gerade wie das aussieht sag die Herren Tim, wer hat bei euch geschossen gerade? was? wer hat gerade an Peace 2 geschossen? wir wissen es nicht ihr habt in unsere Leute reingefeuert ne? guckt erst was da ist Jungs, unsere Leute die kommen auf uns zu die CSA steht da immer noch ja, die wurde gerade verjagt anheben weiter nach links weiter 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 komm schon, absetzen ich kann hier nicht laden im Moment 2 Ticke rechts sagen wir 3 perfekt, absetzen jawohl, das passt wunderbar auch nur ein bisschen boah, Alter, was ist mit dem Serverlich? das ist mit dem Serverlich ne, das passt eigentlich ich bin gerade dabei die Leute ausrichten am lassen ready, Peace 1 ready Peace 2 ready Maja, ich kann nicht laden warum auch immer jawohl Peace 2, ready Peace 2, fire Leute, was war das denn? Irgendwer stand davor warum stand der auch vom Geschütz? das war blue on blue, das war friendly fire ja, er stand, er stand vorm Geschütz aber warum sagst du denn auch fire wenn der eine vor uns geht? ich hab nicht frei hallo, 50 second Artillerie, ne, Elite ja, bis dann lad mal selber nach, bitte das war zu niedrig, Richter das war zu hoch zu hoch jetzt bewegen die sich schon wieder wo wollen die hin? nein, hey, bleib mal nach rechts ausrichten wo läuft die Fahne hin? ob die in das Haus wollen? Richter, was meinst du? ok, äh, geh mal rechts rechts ans Haus, bitte rechts vom Haus siehst du das von da aus? hast du auch grad so Probleme mit dem Server? warte mal kurz, ich seh grad nichts wegen dem Rauch weiter rechts weiter rechts ja, das dauert absetzen zwei Ticke links ist die Linie weg? passt, absetzen mal Geschütze wechseln ja Spike auf ist loaded ich hoffe, da kommen jetzt gleich Blut hoch, wie ich mir das vorstelle beziehungsweise ey, äh, Pistou Tim richte dich so aus, dass du direkt links neben das Haus schießen kannst wenn die von einer Seite rauskommen, knüppeln wir die weg die rennen da grad zum Haus hin ja, die sind hinterm Haus aber wenn die hinterm Haus wegkommen ist das granate absetzen was? ich stehe scheiße richte, da können wir bitte das Geschütz wechseln ha ja, wir gehen jetzt, äh 16 nach links danke wir haben noch einen Fuß drin ja, Sess wir nehmen dir Feuer ruhig, zieh einfach egal, was passiert also ich sag's ja gerne, ne aber Artillerie ist stressig in War of Rights hier jo, ich hab's schon gehört Tim, dein Geschütz ist links das hier ist unser Geschütz hä, warum schlamm ich da hä gut, dass wir gewechselt haben ja haben wir noch einen Schuss drin der ist ja schon geladen hier wenn du die Achte vor die Rinse kriegst drück den eine ansonsten sobald wir irgendwas ich Achte kauern darf nicht jo huzza huzza zugleich 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 New York Wallentiers tschüss excelsior excelsior die Infanterie kann das nicht wuhuu die kapiert das nicht die läuft vom Captain und einfach davon ich wollt grad sagen Dorks, alter die haben uns gerade gelobt, alter ich weiß soll was auf die Arztlüge rausrichten, Richter ähm oder hast du... da links haben wir ne Rauchwolke das ist doch bestimmt der Feind, oder nicht? ja das müsste links feind sein oder nicht ja das müsste links feind sein oder nicht ja das riecht doch im gucken ganz ruhig leute anheben nach rechts rüber er perfekt weiter 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 absetzen weiter nach rechts noch oder warte halt nicht doch noch weiter nach rechts sie stehen noch bisschen weiter bisschen weiter absetzen die nach links links nach links schnell wie ist die fahne lauf so stelle absetzen ich sehe nichts in dem rauch ist geladen er hat sich halt sich mit einer zu richtet mal auf unsere linie aus falls sich den schaden schießen wir da rein also nach links direkt auf den cap und quasi weiter 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 absetzen da rennt eine fahne ich glaube die dinge sind alleine wer ja die fahne ab 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 ok die infarte ok haben die charge gewonnen trotzdem in der mitte ist auf bleiben erst mal jawohl ja wird nächste runde besser halt aber wir fliegen die leute nur wasser schlachtfeld naruto wand soll ich holen soll er folgen die kämpfen die kämpfen ja ich muss ausreden weiter nach links nach links nach links auch genau auf den cap an drauf halten absetzen noch weiter nach links schnell schnell weiter absetzen reicht ich sehe das ja nicht wenn du da schon stehst sag an ob du was blutiges siehst anheben und weiter nach rechts gleich wird du siehst vielleicht ich weiß nicht ob du die fahne sehen kannst aber genau auf die fahne am besten schnell schnell wenn du da dran weiter rechts 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 absetzen weiter nach links fünf ticke reicht nach rechts das war ja davon sagt alles gut und absetzen schnell vorsicht infanterie habe ich was getroffen von uns habe ich was von uns getroffen nee gott sei gepräsent noch nicht noch nicht noch nicht rein rein habe sowieso aufgefallen nein ist sie hey munition schnell ich muss erst mal laden genau gut ich hab dich noch geschützt ja wo ist er nicht richter kannst du verlieren kannst du verlieren kannst du verlieren kannst du verlieren du sagst nur einfach feuern und nicht hoher rum richter ist wieder da koppel on the field noch nicht nicht feuern ich mach auf kleine tun piece one is ready ja 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 ich meine noch ich halte einfach drauf stelle ich mich weit nach rechts und gucke ob da was passiert ja weil da ziehen sie schon wieder fahren zurück piece one jawohl feuer das war unsere oder nein da steht keine union drin die union hat verloren piece two fire keine ahnung da war so viel rauch schweißt du wieder das haben wir getroffen keine ahnung ich mein richter oder wer lacht schweig richter hast du meinen schuss gesehen also ne ich brauch mal ne ansage steht die fahne steht noch also ja die läuft links wohl das ist unsere fahne ne in der mitte steht eine fahne noch die schwarze da ist feind ja gehen wir ein bisschen nach rechts bitte und weiter weiter absetzen grüße grüße schweif ich wette meine kugel ist schneller als ihr wenn wir jetzt die fahne stirbt ne ein stück kürzer kürzer jawohl 1,2 in 2 minus ein stück länger schnell bevor unsere leute da rein schnell 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 ja 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 ich bin ja am arbeiten das ist hochgegangen von uns ok unser kanon blömer stehen richter ja wie war das 50 sekunden noch die müssen da jetzt rein schaffst du noch mal vor allem unter ja was weiß mit runter was meinst du denn mit runter richter was meinst du drunter ja was denn schade excelsior meine herren alter wie viele verluste den art hat auch eine deutlich bessere position die kommen ja von oben und wir konnten auch kaum auf die andere art schießen wir konnten teilweise nicht mal sehen wo unsere kugel hin fliegt wegen der lecks und so das war richtig scheiße kommt wir uns gut geschlagen auf vor der farb schieben wandert bei der artillerie ja wohl auch wenn er satzmann ich könnte das machen wenn er wollte ich dann musst du musst du das ganz ruhig erst mal gucken ob wir artig stellen sollen welche einer nehmen wir jetzt aber auch die obere erst mal die siebte main oben oder sind wohl ein paar vorallige artilleristen die falsch gewählt haben oder das ist schon wir haben manche doch gut geschossen schreibt die zwanzigste so tier ist wieder einstellen jetzt microfon die märz als er aber gut getroffen ja vor sich fürs ding in stich neben das ist Nocks Finger ausm Chat Oh, bei uns hat's so gebackt, ey Ah, ich hab die Finger am Chat verbrannt, ahahah Du hast sogar ein Fragezeichen vergessen, du Rechtschreifnazi Wo? Achso, ja, hab ich, ja Lass mal da vorne gehen, ich will wissen, was hier abgeht Oh, dat könnt spaßig werden auf der Karte Oh, die Map haben wir mal mit Dings hier gespielt Oh mein Gott, haben wir keine Lücke im Zaun Das Gras ist hier hoch bis zum Gate nicht mehr Ne, wir haben viele Lücke, das ist das Doge Habt ihr schon mal auf dem Test-Server mit irgend so'n Dates Ja, hab ich auch schon mal gespielt, aber Da kam man die ans Geschütz und die Lacks waren so hardcore Hm Da steht unsere Linie Ja Wo ist da? Da drüben mal im Besten So, ja Hätten wir als Infanterie spawnen sollen? Oh Jungs Weiß ich nicht, ich glaub ja Ja, aber das ist doch Ticketverschwendung, Mann Jo Was ist wenn wir jetzt Infanterie spielen müssen Und wir stünden Ticket zweifel als Artillerie wieder umsuchen müssen Kommt auch selber raus Ja, deswegen muss das vorher im Teamspeak gemacht werden, meiner Meinung nach Ja, Captain hat überhaupt nicht gesagt, ob wir Artillerie stehen Das war das Problem Wir rennen jetzt einfach zu unserer Einheit und fahren Ja Tim, mach da mal Danke Tschüss Du warst heute Stabsmitglied in der Infanterie, äh bei der Artillerie, also kannst du das jetzt auch machen Jo Na los, bewegt deine kleinen schmutzigen Füße Ich geh mit ihm Mach da mal Ich hör einfach mal beim Streamen rein Ja, ich mach auch mit Weil der Typ steht ja da bei unseren Leuten User disconnected from your channel Stimmt, der steht da ja Rennen die da jetzt echt hin, die Idioten? Oh, los du doch Besser halt, dass wir nichts wissen Der sollen wir einstellen Ah, ich hätte los, das hab ich gerne noch mal bei uns in der Artillerie mitgemacht Den konnte man grad so schön treten, ja Hehehe Shell Case Canister Shell Case Canister Loaded Da bin ich gerade halt, äh, schon geschmeidig jetzt, zweieinhalb Stunden Finde ich cool, dass die jetzt so Time-Mine gebaut haben Wie ist schwierig die US-Bürgerkriegs-Shooter mit Artillerie, finden wir erst gemeinsam heraus Und spielt Infanterie Die müssen die auch ein bisschen beeilen, wir haben noch 40 Sekunden Das werde ich mal im Endgespräch einbringen, von wegen das Wir das vorher entscheiden müssen mit Artillerie Ja, das ist wichtig, das ist dann scheiße Vor allem können wir uns sagen, guck mal, wir mussten jetzt grad noch auf den letzten 20 Sekunden schneller die Artillerie Und konnten erst zwei Sekunden, äh, konnten erst 20 Sekunden vor, oder zwei Minuten später nach beginnen und konnten erst schießen Das muss man vorher machen Naja, das sehen wir dann gleich Wir kriegen keine Artie neu spawnen als Infant Wurde grad im Stream gesagt Wurde grad im Stream gesagt von Frank Schade Stein, Schaladen 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 Wollt ihr auf den Kollegen, der die ganze zeit nicht hier 1 sagt Ja Freiweifiz剪itslapped ляu Lauf dir Mann, ich komm nach. Richter lässt ihn, oder Bichard, dacke. Nochs nach vorne, Bichard, hinter Bichard. Oh gut. Ich hab blöd da. Bichard, geh sie noch, äh hinter Kleber. Bichard oder Schultz? Ey Schulz, das Koppel steht gut. Quiet, pflücken, schließe. Äh, aufschließen. Noch ein bisschen Musik? Nicht mit Pfeifen, bitte. Oh, Defense. Aufft, minute. Aber auf den Link nacht, fithe. focused on. Aufft, feet, feet. Aufft, foot, feet, feet. I will get in the car, I will get in the car, I will get in the car. I will get out of the car. Aufft, foot, feet, feet. I will get out of the car. und mit c-taste ein bisschen aufholen hier in der mitte das ist eine riesenloch meine freunde das ist eine kompanie rein ja mal richtig aufschließen bike company to line bike company to line bike company to line march shoulder arms shoulder arms serios, du musst nehmen flügelig prepare for hold prepare for hold prepare for hold hold und rein 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 es gilt ein paar Herren in grau zu zeigen was wir können dass die und johann besser ist fiber company, mcready mcready wie grittles redressen gaba dressen gamma dressen durchdressen bitte erstdressen wir sind mal durch hier vor ne war nach vorne und kneeln schnell so weiter dressen hobbygeneral rüber dressen und dann kneelen verstanden feld auf wo ist eigentlich heute stahl hat sie sich gedrückt? ja der wollte nicht mehr hat sich abgemeldet feind einheit südost 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 im hau und sie werden stehen dein feuerbefehl feld neil neil wunderschön und reload boys eine gute Seite der captain ja er war nicht schlecht huza und sie bleibt stehen einladet schneller weiterhängt steht doch da ja die steht doch da rege position gleich genau so den schuss wieder ansetzen wie gerade eben warte die schießen gleich rise up take hey hey boys in den rauch reinschießen da ein bisschen rechts vom rauch jetzt feil gerade auf dem rückzug sonst hat man dann nicht mehr viel getroffen nachladen jungs erspüren da ist pulver in die muskete ja zumindest mal nur die rechte artillerie offenbar schief das wieder ist weiß scouts würde ich haben wir neues bei dem knien nachladen wer geladen hat auf sein dritten hat hier rein hier sind die glücken hat wir so jawoll und die auch schon dritten runter sehr nicht ne aber nur gucken wie es denn geht die fahne steht ihr seht die fahne die bewegt sich nicht so tröpfchenweise auf die brust auf die brust wechseln mal nach links der zieht nach links warum sehe ich da trotzdem nix schweinerei fein ist wieder hinterm bügel Sir passiert passiert na warte mal kurz ich habe mir die linie im blick wenn sie wieder hoch kommen ihr habt ihr erlaubnis die umzunäten verstanden wenn wir jetzt mal wissen was man sagt die scraw sollten eigentlich in 30 sekunden wieder da sein dann sind sie aufs fremd genommen schwein falls sie noch leben tic tac tic tac falls sie nicht zu leckenden lola gegangen sind user disconnected oder dem das rote zell kaputt gemacht oder dass sie übergelaufen sind das können sie doch niemals tun ich bin auch von grau noch blau schuhe und viel zu gute länder box finden sie eine feldflasche eine feldflasche so eine whiskyflasche die ich im first touch geklaut habe haben sie eine feldflasche ja oder nein jawohl würden sie mir ihren korken leihen wenn du den montal möchtest man das so decken sich ihren korken in den mund quiet farnel ist vorne am hochkommen rise up ich habe die meldung über den hügel schießen take 8 über den hügel schießen wir sind absolut geschossen kein feier ok runter mit auf nachladen fragt man bei der 20s nach wie es bei denen geht ob sie irgendwelche ideen haben jawohl jawohl alles gefällt mir diese sound ah da ist noch die zweite Richtung südwest Berlin ist da auch noch da könnten wir drauf wirken wir könnten über den hügel schießen ja äh zieländerung südwesten äh vor der scheune ein bisschen bisschen links äh süd-südwest tey äh rise up kam bei die laute tey süd-südwest vor der scheune corporal richter jawohl hey einschätzung user join von ihnen zur linken Linie könnten sie die holen ja linke Linie richtung südost da siehst du die fahne mhm war das ein ziel das du gut bekämpfen kannst holt du bist zu dick ähm ich hab eine linke Linie ist ja nicht mehr da wahrscheinlich es ist möglich ja aber die Linie ist noch da ach doch nur mal so ich hab nochmal so das Gefühl ich bin der einzige der den Feind nicht wirklich sieht oder gibt es noch andere ne ich hätte ich nie die drei nie die drei alle sind bin ich nicht alleine ach wir sehen den alle nicht aber wenn es noch kein Treffer geschätzt ist, dann ist die erste Kugel zurück linkes Ziel wieder rise up linkes Ziel rise up links hey final stars und bars feier unter und nachladen nähe not jawoll kleber ach hier treffen gar nichts meyer Gottmeyer steuben aus der Linie austreten wir haben Sonderauftrag ja ganz so beim nächsten jawoll ich bin ja schon ziemlich hinter dem Sargent und der elf ja versuchen wir noch ein stück ich kann auf keine Linie von beiden ziehen wir werden jetzt gleich die obere Einheit nehmen bei der ATI jawoll haben drei Schuss Zeit um diese Einheit zu bekämpfen und dann willst du sie erst bewegen fahrt das dann müssen wir wieder rüber wenn wir nicht getroffen haben ja das ist in die Linie information stellen ja Richard du nicht ab schlafen rein man shoulder arms shoulder shoulder so company left left face left face schlafen 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 schieben ja wer ist geschützt das hier einfach ja schiebe einfach mal einer muss schieben da ist jetzt auch ein relativ niedrig wenn wir einfach gerade schieben bitte mal anheben kleber und ein bisschen nach links nach rechts müssen wir ja das war so ja schon klar erste dimension die wir nehmen ist case jawohl reicht ab jetzt auch bis zu bis zu bis zu wir können ja gar nicht nach vorne und passt hier holst du nox jawohl case siehst du da hinten die fahne könnte schwer werden eine sekunde ich muss immer eine cigarette raus drücken ich komme auf dass ich den rauch sehe ich sehe gerade ich sehe den rauch da rechts meinst du links vom baum links vom baum ja ja es in sich der kann ich aber jetzt nicht mehr sehen wenn ich hinten stehe ja ist genau an der grenze von unserer richtsweise leider ja leider anheben meyer mach du mal fix ich stelle mich ganz gut vor deine kanonen dann kann ich ganz genau sagen welche richtung machen munition rein kleber und war mal kurz wir richten dann gleich immer aus kannst allerdings schon laden oder ja das ist südwesten ja und ein mini tick rechts davon also es ist wirklich süd ja es ist hauptsächlich südwesten ok wir versuchen es äh südwesten anheben hast du schon das so weiter nach links 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 anderes links nein das ist rechts nach links nach links nach links weiter ich sag schon stopp äh weiter wir sind noch nicht genau mit westen weiter 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 ich sag stopp weiter komm und absetzen richtig brauchen wir eine jahrzeinschätzung weil ich kann jetzt nicht so gut nach sich schießen äh mach mal 300 300 ja sehr wohl ok wir haben 250 und 400 im angebot warte mal kurz ich mach mal mit ja 400 jahr springt er hoch ich war mit fuchs ja auf 300 298 jahrzeinschätzung verlängern ich nehm die fuse raus ich ich ist auf dem boden aufgekommen vorher vorher na gut nach rechts nach rechts nach rechts ja bisschen na noch ein reicht schon wie weit auf dem boden vorher richter gehen wir 50 jahr zu gut 350 jahr noch mal verlängern und dann gehe ich auf zehn jahrzeuge bleiben eiskalter stehen die jungs finde ich gut und nochmal andere sicht benutzen ja position lassen wir haben wir getroffen noch nicht nein du denke ich auf 400 jahrzeuge und die links oder rechts position so halten was ist maja ich raum das rein ready 400 yards 50 mehr ja feuer wir müssen das ding verarschen stimme auf 500 sind wir ganz jawoll jetzt wird die ganz mutig können wir durch den soundfall schießen da durch den soundfall ja ansonsten müsst ihr weiter nach vorne schieben direkt genau 500 yards die bewegen sich weg ok schreit doch die wand an das problem ist ich kann nicht so genau range schießen weil ich nur 260 oder 410 oder wieder auf 260 kam ja die scheune siehst du aber ne ich muss eben auf die andere seite gehen ich hab nen baum davor scheune oh gott das ist scheiße ne die sicht finde ich die sicht das ist die man bräuchte ne höhere dingens ich sehe den cappoint und da links müsste irgendwo die scheune von sein ach so scheiße ich liebe es also ich sehe den cappoint wenn ich T drücke hm ja doch ich sehe die scheune ja aber sehr 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 sanft sag ich mal sehr sanft ja scheune ist aber in sicht ich sehe auch den apfelhain aber da ist halt nicht mehr viel was grafik angeht ist abgelaufen jawohl perfekt ich hab noch nicht geschossen hm dann hilf mir mal die limber ein bisschen her weil das wäre super wenn wir das ding vorschieben könnten aber hier bräuchte mal löcher in den zäulen ja das ist das problem naja mach ich ja und die sicht hochstellen funktioniert nicht ich hab es gibt es gibt ein befehl damit könnte man es machen aber dann bricht er die frame rate zu fast 50 prozent ein also ich spiele jetzt mit 42 dann hatte ich nur noch 5 ha und das waren nur 10 jahres mehr so ungefähr oh Gott ne dann können wir leider nicht wirken hm na ich hole den letzten Schuss noch raus und dann ist gut ne das geht nicht ne das geht nicht naja also Infanterie wechseln leider ja auf gehts ne ich hab eigentlich Spaß dran aber ne ich auch was denkst du denn ist aber noch spannend so alter ne never ever ist für uns mit 7 mann an der fahrne was da los das sind alle die die nicht lesen können wir sind übrigens wieder da wieso wir konnten also ganz ehrlich ne was kann da nicht wirken ich sehe die scheune ne sehe ich von da aus gerade noch in dem dichten nebel klasse da muss ich auch 10 cm von dem bildschirm rein damit ich noch was erkennen kann da führt euch ein vorgeschobener beobachter ok bleibt führt ne wenn das führt sergeant ist da ah wo der star ok ich hab kein sergeant anrein jawohl sieht wild aus da vorne wie ist das so wir halten von den ständen haben heupein genommen und haupein drückt mich doch nicht in wendnis rein was soll denn da auf der linken seite wie du drückst mich weg ich werde auch gedrückt so Richard Bayonette saubere Arbeit doch das ist doch wo 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 Haben wir nen Hobbykanal noch dabei? Haben wir den irgendwo verloren? Der lebt noch? Der lebt noch? Der lebt noch? Bei der 20. oder? Jaaa Aber du kannst auch meins haben Ich sehe gerade im Team, dass er im Ladestream geht einer draußen glaube ich Sehr gut Ah ok Neuen Plan So den piekst du drauf Sorry Faber Er ist wieder da, er spawnt jetzt gleich Er ist wieder da, das ist ein Buch Trotzdem mussten wir das gerade ein Er ist wieder da Er ist wieder da ist ein Buch Er ist wieder da Der Fotograf Wow Ja Sind alle schon gefixt Wir sind alle fixer Wir sind alle fixer Kämpfen wir nun gegen Feinde, deren Krieg das Land entzweit So Also Wie wir gerade in sehr sehr schlechtem Englisch besprochen haben Geht er über rechts und wir über links Und machen dasselbe eigentlich nochmal Ja So Wirst du nicht auch gehen nach ein, zwei Er ist schon Tendenlos oder so Irgendwas machen wir offenbar richtig Welcher hat er doch getan hat So Wider in die Standung, wo war Oh Noch ein bisschen weiter links Vor Ort! Vor Ort! Weiß jemand auch unsere Pfanne die Vorderbrücke oder die hintere ist? Also die nicht grüne müsste man so sagen. Die hintere ist die... Die ist der erste Pfanne. Die hintere. Die zwei Scouts gehen los und versuchen mal die nächstbeste Pfanne mitzunehmen. Nein, ich will das still. Die gelbe Pfanne ist die New Yorker Pfanne. Ja, aber nichtsdestotrotz ist der Pfanne ganz sexy. Ach, haben wir ihn wieder mit dabei. Wunderbar. Haben die schon vermisst? Kein Problem. Ich höre auch. Shoulder. Shoulder. Arms. Arms. The company into line. My company into line. March. Fritz, wir haben eine feindliche Linie. Linie der 12. An den Geschützen. Jetzt wirst du auf East. Bleib stehen, dann gehen wir den raus. Scouts. Weiß Scouts voraus. Da waren zwei. Die Fingern. Die fingen beschrieben. Gar nicht. Hold. 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 Feier bei Campery. Make ready. Kommt rein. Schneller. Gentlemen. Feuer Camper. Hey. Die stehen schön. Feier. Neal. 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 Wir haben nämlich beide Geschütze direkt vor unserer Nase besetzt. Und das mit der Linie? Hui. Die treffen nichts. Aspery hier in den Re-Rank. Na eben. Die stehen schön und treffen auch. Gehen wir noch mal einen Schritt nach rechts in den Re-Rank. Und dann nachladen. Aber wieso haben sie uns? Gleich auf Glück gestellt. Na egal. Die haben auf andere geschossen. Die haben mich auf uns geschossen. Ja wie? Hinter der Maul. Wenn das weitermachen. Das galt für uns. Oh. Bitte. Zweimal Kassetschen für. Volltreffer. On your feet. Bin ich noch am Leben? Ich bin noch am Leben. Hey. Hier ging's durch. Ich bin tot. Stress. Und dann kneeling. Auf der linken Seite bitte. Wir hängen bilden. Oh. Ist vorne aufgeschlagen. Gingen durch die Maul. Und das war. Und das war. Und das war. Und das war. Wo genau ist denn der Feind? Ich hab's leider nicht genau gesehen. Direkt vor uns im Süden. Bei den. Küche in zwei Bollen. Ja. Und rechts neben der Kante. Alles klar. Vielen Dank. Ich bin überhaupt nicht. Sir. Ich könnte Feuer aufnehmen auf die Attalerie. Unten bleiben. Wir bewegen uns. Ich will nur kurz. Ah die brauchen noch. Weiß ab. Danke Richter. Left face. Left face. Left face. Bewegt euch wenn ich von der Attalerie zerseckt werden will. Weg, weg, weg. Run in. Komm, komm, komm. Keep � to hold. Prepare to halt. Prepare to hold. Volt, бол, hol, hol. Hold, roll, hold, hold. Nach rechts messen. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. kommt- nach rechts crossedIslagen. Ja der ist nicht Ende. Und. Hold, make ready, gentlemen, Linie, 12 Uhr direkt voraus, im Süden, aim, hold, aim, da seht ihr die schöne Fahne, haut's weg, feier, oh ja, die war gut, die war gut, huzza, äh, wieder Niel, Käpt'n, jetzt stehen bleiben, nicht hinknien, will gar nicht hinknien, für Abraham, mein Sohn, Vater Abraham, weniger quatschen, mehr nachladen, ich hätte gern mehr tote Rebellen dort oben, äh, links, sah, front rank, front rank, front rank, aim, auf die Fahne, nur der front rank, feier, ja, bisschen Seelsorge für die eigene Kameraden, muss auch, sehr gut, sehr gut, direkt nach der Fahne dann in den Rearank, wenn du T drückst, und dann mal Richtung Süden kluckst, da ist, hey, Monoplay, reinforcements, links anschließend, hold, aim, testen, untermeckern, ist, aber, ja, fire, wie hoch muss man zielen, Brust, Gürtelschnalle, Brust, jawoll, front rank, same target, front rank, aim, ist weg, recover, recover, die 20. push, wenn ich das richtig sehe, und rein drücken, lauf jetzt echt auf dem Geschirr zu, sehe ich das richtig, ja, sehr gut, ist doch leer, das ist, Achso, das sehe ich jetzt erst, V, V, danke, right wheel, danke, right wheel, right wheel, right wheel, Du kannst aber trotzdem noch schießen, ob ich, General, ne, hold, 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 hey, da kommen, feier, Fahne aufheben, tschau tschau, 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 Sch SCP nicht, schau, tschau, 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 tschau. Sehr schön, nachladen, und ähh- K reformen ist direkt. Ich hab dich geschlossen. Ich hab dich abgestochen. Kein Feierbill, nur noch schnell nachladen. Ist das ne Feindlinie im Westen? Oder ist das Obo? Nein, rechts ist die 20. Wir shiften jetzt rechts in den Cap Point. Right Face. Right Face. Add the Double Quick. March. Wem laufen die Double Ranks herstellen? Wem laufen die Double Ranks herstellen? Ja. Ander Steinmauer find. Prepare to hold. Prepare to hold. 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 Front. Make ready. Wolltest du doch, oder? Laden, wer nicht hat. Bayonette, wer nicht hat. Richter? Ja. Nein. Wenn ihr drauf geht. Und deine Artilleristen von vorhin. Kommt wieder als Artilleristen und klaut ein Geschütz. Ja. Haben das die Artilleristen mitgekommen? Jawohl. Usa. Zugleich. Vorausgesetzt, wir halten den Punkt. Jawohl. Wenn wir ihn verlieren, dann macht es keinen Sinn. Und ich entschuldige mich bei demjenigen, den ich vorhin ins Genick gestochen habe. Das brauchen die manchmal, keine Sorge. Das war eh. Fahne, der Fahne. Hinter den Heuball. Es ist unsere Aufgabe, in der Linie zu sperren. Linke Flanke ist im Blick. Damit der Heuball ist der Gegner, oder? Fahne direkt voraus. 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 Fahne nach links. Fahne nach links. Fahne nach links. Fahne nach links. Auf die Flagge. Und alles was da rumrennt. Links da vorne halten. Fahne. Fahne. Oh ja. Oh ja. Die war gut. Die war gut. Die war gut. Kursen. Rechts. Feuer verlegen dann. Soll ich die Chargen? Weiterladen. Weiterladen. Durchladen. Durchladen. Ey, Richter sollen wir jetzt als Arterist vorn? Ja. Okay. Mikrofon muted. Und im Infanterie-Camp, ne? Nach links. Nach links. Nach links. Ja. War bekannt. Sie ist Charging. Hallo. Hallo. Ach, ich war einer. Ah. Hallo. Hallo. Ich bin gefährlich. Pass auf. Ja, ja. Mit deinem Ohrstädchen. Soll ich dir mal die Ohren reinigen damit? Ich hau das dir gleich in den Kopf. Klar, mach mal. Okay, äh, Sargen gemeint. Bleib drin, Nutz. Bitte? Bleib da. Ja, ich bleib da. Ich seh schon ein paar andere Arten rissen. Sehr gut, Jupp. Wir sind erst im Engage. Die sind schon kurz vorn Braking. Sehr gut. Und die sind im Braking? Jawoll. Gut gemacht, Walsch. Das musst du öfter sagen. Nein, 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 nein. Wir verteidigen uns. Nachladen bei einem netten Ruf. Richter, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir sind drei Mann. Wir dürfen los. Geht dann gleich ganz rechts an die Batterie und guckt mal, was sie dort machen können. Jawoll. Rampany, right face. Prepare to move out. Add the double pick forward. Add the double. Nur Bayonette nach Zügler. Nur Bayonette. Das wird ein Schlachtfest. Huzzah. Ah, ne. Das wird nicht so zu spielen. Oh. Waren drei. Ne, Excel noch. Zugleich. Beide stimmen. Beziehungsweise prepare to hold. Prepare to hold. Ne. Haha, sehr gut. Wir haben den zwanzigste 50-second rechts mit Artillerie. Die sollen jetzt über links gehen. 假 los. 灰 Farz it up! Hefit on! Hefit on! Hefit on! Ich mag jeder wenn es zum Beispiel bottle ist. Es 1998! Jawohl! im galopp welches geschützt willst du richter das hier richter kennester ich lasse die chest war offen ja es gibt wichtige tinge user disconnected ganz genau stopp ist ein stück du spon ich hab so nachts Spannig. Keine Angst. Laden und in die Linie drängen. Rest of the reload. Bist weiter nach links, rechter? Kommt schon. Loaded. Gibt's mal. Ich hole schon meinen nächsten Canister. Jo. Einfach raus? Einfach raus damit. User joined your channel. Uzza. Uzza. Sponge die Scheiße. Wer stärker. Wer dabei, wer dabei. Rein damit, rein damit. Ramm die Scheiße. Ich ramm die Kacke. Loaded. Hau weg, Richter. Wir legen weiter nach vorne, weil keine Ziele mehr da für uns. Sollen wir vielleicht noch ein paar Kanonen nach vorne gehen, Richter? Und die hier als Reserve waren. Dann geben wir die Kanonen nach vorne. Jawohl. Mitkommen. Ich nehme die Kacke damit. Ja genau. Das ist der Plan. Wir drehen die vorne aus dir jetzt. Lass mich drehen, lass mich drehen. Guck du lieber. Nichts geladen. Oh Gott. Sehr gut. Schneller. Richter. Halt dich fürs Prime bereit. Dreh die Kacke. Ich drehe das verdammte Geschütz nach hinten. Ich bin schnell. Ich kann nicht schneller, Captain. Dreh schneller. Richter, jetzt geh doch zur Prime dahin. Feiert will, meine Herren. Feiert. Nach rechts vor die... Stopp. Los! Hau raus! Das Ding! Ich stell dich schon direkt hin. Gleich führt Kandister. Ich lade dir nach. Du musst spawnen. Ja, ich weiß wohl. Reicht, reicht, reicht. Reicht, reicht. Reicht. Unsere Linie löst dich auf. Ist egal. Hey, aufhören aufzulösen! Weißt du schon, wir stehen da. Nein! Jetzt hat er die Fallen gelassen! Kein Ziel mehr zu sehen. Wird's. Er ist noch da. Tief durchatmen. Er ist noch da. Aber bleib mal da. Okay, du warst bei mir weg. Tschuldigung. Du warst bei mir auch weg. Okay, so. Okay. Schild nach rechts. Schild nach rechts. Uah. Uff. Ist geladen. Wo müssen wir denn hin? Alles gut. Es sind Verbündete, die da rennen. Ja, ja. Ja, alles gut. Ich habe auch keinen nervösen Finger. Obst. Im Moment auch nicht schießen dann. Ne, ich schieße auch nicht. Ich bin bereit, falls die da rüberkommen. Ich sehe da hinten nämlich eine Fahne im Osten. Drück noch mal kurz F. Geh noch mal kurz E. Jawohl. Ja, den bin ich fast in die Arme. Ich habe mich beim Spike bereit, Berichter. Halt mal einen Kanister bereit, falls die von rechts gecharged werden. Oder willst du jetzt auf die Artillerie schießen? Ey, Kleber! Dreh mal die andere Kanone! Ne, rechts von der Seite. Wir haben was drin. Dreh die Kanone. Okay, scheiß dran. Ich mach das. Hey! Weiß ich nicht, um zu laden. Noch weiter rechts? Hallo, hört ihr mich? Hallo? Da steckt schon was im Lauf. Da ist schon was? Lade mal durch. Ist hier durchgeladen? Dann haben wir noch einen Zweiteilsbackup. Ne, muss gesponged werden. Sponged. Wo sind sie? Ich sehe nichts mehr. Uh, die muss gesessen haben. Die kann jetzt so. Loaded! Interessant. Da läuft was doch, oder nicht? Oder ist das Freund? Also alles gerade, äh, Freund. Ne, die schadeste Einheit eben habe ich voll reingehalten. Die muss wohl so richtig gefetzt sein. Sehr gut. Da rechts stehen welche, oder nicht? Weiß ich nicht. Egal, wir nehmen die Ponger. Ich träume noch kurz mit dem Fernglas raus. Ich, ich halte mich primed bereit. Alles Freund gerade vor uns? Ja, ich sagte, ich halte mich bereit. Ich sage nicht, ich schieße. Wie auf die Ecke vom Heuchan, oder? Äh, das Geschütze ist auch geladen. Ich weiß aber nicht, was drin ist. Vielleicht ein Canister? Vielleicht Decay's? Wirst Decay's sein. Wirst Decay's sein? Dann mit einem Revolver? Yes. Komm, dann schaffen wir. Oh, da sind Feinde. Die sind in den Rücken gefallen. In den Rücken. Hey, reg da aus, reg da aus, komm. Ja, du bist primed. Achso, scheiße, ja. Schnell, schnell, schnell. Weiter, weiter, weiter. Reicht, reicht, reicht. Reicht, 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 reicht. Reicht, 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 reicht. Reicht. Too bad, Leute. Mal raus, mal raus. Egal, 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 egal. Komm, 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 schnell zurück. Zurück fallen sie? Die chargen euch. Okay, schnell zurück. Letztes Geschütz. Letztes Geschütz. So. Die scharzen nicht. Ja, ja. Braucht da jetzt ne Kugel durch. Komm, wir sind fast. Habt ihr den Canister? Hier, Canister. Komm, ich bin dabei, ich hab einen. Geh, 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 geh. Malte Seite Kleber. Ja. Schlupf, die steigen wir da rein. Malte Seite. Geh. Geh. Geh, geht, geht. Geh, geht, geht. Geh, geht, geht. Jetzt ran. Geh, geht, geht, geht. Letztes Geschütz, letztes Geschütz. Ich hab' schon gerufen. Oder nichts. Geh, geht, geht, geht. Komm, zurück. Geh, geht, geht. Geh, geht, geht, geht. Geh, geht, geht, geht. Geh, geht, geht, geht. Geh, geht, geht. Geh, geht. Geh, geht, geht, geht. Geh, geht, geht. ey, Maximus, nochmal? Ey, seid ihr alle tot? Richter? Ich bin tot. Mikrofon muted. Ich sitze noch voran am Geschütz. Ich sitze noch voran am Geschütz. Scheiße. Wo sind die? Ich bin eigentlich schon am Vorrücken. Ich sitze noch mal. Fucking shit. Dann sehe ich eine Fahne. Und ja, Siegler, komm rüber. Nein, ich will nicht mehr. Komm hier rüber. Hey, hallo. Ich will nicht für die Freiheit sterben. Wo ist denn unsere Linie? Ja, keine Ahnung. Hallo, wo ist du denn? Habt ihr die 20. Astrid für Design gesehen? Komplett. Schon wieder? Ja. Schon wieder? Ja, wir müssen wieder. Koppel und Schulz. Ja. Höchster. 150 Sekunden. So, links von mir von mir. Schneider, komm zurück. So, Koppel. Soll nicht nachladen. 52er. Jawoll. Links von mir von mir. Wir warten auf den Rest. Bei rettet Ruf. Ich hab's gehört. Links von Schulz. Ich warte mal hinten. Ich bin sehr unnützig. Bleiben wir beide im Line. Ja, bleiben wir bei mir. Was ist, wenn wir Front-Chargen und ihre Schüsse klauen? Und das war's. Ja. Das war's. Außer die Wand-Chargen jetzt hier mit 40 Mann aus dem Wald. Seit wann war's? Seit wann war's? Ich sag, seit wann ist die 8. so gut? Wenn ihr was seht, schießt drauf. Ja, weiß ich auch nicht. Lass die erstmal vorbei, weil ihr habt nachgeladen. Die werden nicht nachgeladen haben, wenn die kommen. Die werden nur Bayonette haben. Wir müssen reinhalten. Also lassen... Da höre ich Schritte. Stimmen? Äh... Aspery in die Linie. Hier, da ist Weber. Hallo Weber. Da sind sie. Kommt. Hoi. Hoi. Oh mein Gott. Los, ein letztes Mal. Rein da. Ciao. Ich bin bei dir, James. Ich bin bei mir. 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 Oh. Schade. Hahaha.